Moin, herzlich willkommen noch mal zu Auf einen Kaffee mit und wir wollen uns heute mit der Frage beschäftigen, welche Rolle Digitalisierung für gemeinnützige Organisationen, für Vereine heutzutage spielt und vor allem auch, wie Digitalisierung Engagement und Ehrenamt unterstützen kann. Und dazu freuen wir uns sehr über eine Gesprächspartnerin, die sich mit diesen Fragen seit vielen Jahren beschäftigt und jetzt auch seit Juli Gründungsvorständin der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt ist. Herzlich willkommen, Katharina Pepperitsch. Vielen Dank. Ich freue mich sehr, hier sein zu können. Danke auch an Annika für die nette Einführung und schön, euch alle kennenzulernen. Spannendes Format. Ja, wir freuen uns sehr, dass du dir die Zeit nimmst. Ich kann mir vorstellen, auch bei euch ist gerade wahnsinnig viel los. Erstes Jahr der Stiftungsarbeit. Vielleicht nimmst du uns einfach mal kurz mit auf den Weg. Wie ist die Stiftung entstanden und was ist ihr Auftrag? Ja, sehr gerne. Du hast es schon gesagt, seit Juli bin ich mit dabei. Die Stiftung ist brandneu, also seit knapp fünf Monaten sind wir dabei, die Stiftung aufzubauen, haben auch schon erste Dinge auf die Schiene gesetzt. Dazu gerne gleich mehr. Die Stiftung ist eine Bundesstiftung. Das heißt, wir sind eine Stiftung öffentlichen Rechts, keine privatrechtliche Stiftung und wir sind mittels Gesetz gegründet worden, vom Deutschen Bundestag, verabschiedet im April diesen Jahres und getragen werden wir von drei Bundesministerien. Und das ist das Bundesinnenministerium, das Familienministerium und das Landwirtschaftsministerium. Ihr fragt euch bestimmt, warum denn die drei? Diese drei Ministerien sind quasi unsere Träger, weil es gab eine Kommission für gleichwertige Lebensverhältnisse. Man hat geschaut, was braucht es in Deutschland, um gleichwertige Lebensverhältnisse in Stadt und Land zu schaffen, in strukturstarken und schwachen Räumen und hat dabei versucht, einen Maßnahmenkatalog zu entwickeln. Und ein Thema, was ganz groß war, dabei war, das Engagement und Ehrenamt dazu beiträgt, dass die Lebensverhältnisse vor Ort besser sind als an Orten, wo es eben nicht so ein starkes Engagement und Ehrenamt gibt. Und deswegen wurde die Stiftung gegründet. Es gibt aber auch noch eine Vorgeschichte. Die Idee der Stiftung gab es schon viele, viele Jahre und man konnte sich politisch nicht wirklich einigen darauf. Und deswegen bin ich sehr froh, dass es diese Kommission gab und dass die drei Ministerien sich da eben zusammengeschlossen haben, um diesem Thema Engagement und Ehrenamt einfach wirklich jetzt mal eine Bundesstiftung an die Seite zu stellen. Weil bisher war es so, dass alle Ministerien, und das wird auch weiterhin so sein, die Themen bei sich verankert haben. Also im Innenministerium wird ganz stark im Bereich Sport und Katastrophenschutz unterstützt oder im Landwirtschaftsministerium Engagement in ländlichen Räumen. Aber es gibt natürlich auch viele andere Ministerien wie Umwelt und so weiter, die auch das Thema Engagement haben. Also es ist ein extremes Querschnittsthema und alle haben bisher so für sich in ihren Themenfeldern unterstützt. Und jetzt gibt es mit uns eben so einen zentralen Ansprechpartner auf Bundesebene und wir haben eine riesengroße Aufgabe vor uns, aber es ist hochspannend, muss ich sagen. Die Frage ist ja, warum braucht es eine neue Institution, wenn sowieso schon so viele Akteure an dem Thema dran sind? Also was leistet ihr, was sonst nicht passieren würde und was wollt ihr konkret mit eurer Arbeit bewirken? Ja, also zum einen denke ich, dass es einfach ein ganz, ganz tolles Signal ist, dass es jetzt eben eine Bundesstiftung gibt, die von drei Ministerien getragen wird, die sich das Thema Engagement auf die Fahnen geschrieben haben. Das heißt, wenn ich jetzt als Engagierter vor Ort eine Problematik habe, habe ich jetzt quasi so einen zentralen Ansprechpartner auf Bundesebene. Aber es gibt ja nicht nur die Ministerien, die in dem Themenfeld unterwegs sind, um Engagement zu stützen. Da gibt es ja auch ganz, ganz viele Netzwerke überall. Und unsere Aufgabe ist, überall dort zuzuhören, zu gucken, wie sind die Rahmenbedingungen, was auch zu bündeln und auch wiederum so als Scharnierfunktion an die Politik, also ja quasi zu vermitteln, wo da die Probleme vor Ort sind. Und ich glaube, dass wir mit diesem Auftrag Engagement und Ehrenamt bundesweit so unterstützen. Wir haben auch noch den Auftrag, das insbesondere in ländlichen und strukturschwachen Räumen zu tun, dass wir dadurch, dass wir uns nur auf diese Aufgabe konzentrieren, einfach viel, viel näher an den Menschen dran sein können und da konkretere Angebote machen können, weil wir da eben diesen Auftrag haben qua Gesetz. Und das ist eine spannende Aufgabe, was wir in diesem Jahr gemacht haben. Vielleicht ist das auch noch interessant. Es ist nicht nur angefangen. Also ich bin nicht allein im Vorstand. Ich bin mit Jan Holze im Vorstand, der davor so eine ähnliche Stiftung aufgebaut hat, auf Landesebene in Mecklenburg-Vorpommern. Und unsere Aufgabe war es natürlich erstmal, Räume zu beziehen. Wir haben mit nichts außer einem Handy angefangen sozusagen. Also es gab das Gesetz. Wir haben einen Haushalt von 23 Millionen Euro in diesem Jahr, was wahnsinnig viel ist. Und wir haben auch sehr spät gestartet. Lag nicht an uns, hat auch mit Corona und so weiter zu tun. Wie gesagt, erst im Juli. Und es galt dann erstmal zu gucken, a, programmatisch, was ist unser Arbeitsprogramm für dieses kurze Jahr, was uns noch verblieb, also dieses halbe Jahr. Und wie bekommen wir gute Leute, wir sitzen in Neustrelitz, nach Neustrelitz, die uns helfen, dieses Arbeitsprogramm umzusetzen. Und haben erstmal gestartet mit einem großen Bewerbungsverfahren. 800 Bewerbungen gingen ein. Das hat uns sehr gefreut. Inzwischen sind wir 17 Personen. Und wenn man sich das so anschaut, so in fünf Monaten 17 Personen. Das ist auch, also ich muss sagen, das Team ist echt fantastisch. Das fühlt sich an, als ob wir schon mehrere Jahre zusammenarbeiten. Vielleicht ist das auch so, weil die Zeit so rasant ist. Und was wir gemacht haben, ist insbesondere in diesem Jahr ein Förderprogramm aufzusetzen, das die Folgen der Corona-Pandemie abmildern soll für gemeinnützige Organisationen, für Vereine. Und wir haben gedacht, wir bekommen vielleicht fünf bis tausend Anträge und haben am Ende dieser sieben Wochen Aufrufungsfrist 12.500 Anträge bekommen. Und das mit 17 Leuten. Das müsst ihr euch mal vorstellen. Und die gute Nachricht ist, wir haben alle Mittel verausgabt. Also wir konnten wirklich in der Fläche Hunderten von gemeinnützigen Organisationen helfen. Und sehr spannend ist, dass wir Anträge aus der kompletten Bundesrepublik bekommen haben und vor allem zwei Drittel aus ländlichen Räumen. Was uns sehr freut, weil das ja auch unser Auftrag ist. Und das zeigt schon, dass wir auch wahrgenommen werden als Akteur, um jetzt nochmal auf deine Frage zurückzukommen. Warum braucht es denn da jemanden? Also ich glaube, das ist ein erstes wirklich sehr, sehr gutes Signal, dass die Zivilgesellschaft gesehen hat, okay, es gibt jetzt diesen Akteur, an diesen können wir uns wenden. Und ja, ich finde, es ist ein ganz guter Start. Ja, ich stelle mir das super spannend vor, auf einmal 12.000 oder über 12.000 Anträge auf dem Tisch zu haben. Das gibt einem ja auch einen Einblick, was zivilgesellschaftliche Akteuren gerade brauchen in dieser Situation. Vielleicht kannst du uns ein bisschen berichten. Was hast du wahrgenommen? Was hat dich vielleicht auch überrascht in diesen Anträgen? Also was mich überrascht hat, ist die schiere Menge an Anträgen. Wir haben drei Förderschwerpunkte aufgebaut. Das eine heißt Digitalisierung und Innovation. Da kamen die meisten Anträge rein. Gefördert werden konnten dort Projekte, wo es um Hardware geht, wo es um Softwarebeschaffung geht, aber auch Personalkosten oder auch Qualifizierungsmaßnahmen. Und hier hatte ich gedacht, so aus meiner vorherigen Erfahrung, dass eher Projekte eingereicht werden, wo es darum geht, wirklich, weiß nicht, Apps zu entwickeln oder, keine Ahnung, interne Prozesse besser aufzustellen. Was wir aber hier gesehen haben, ist, dass vor allem bei den kleineren Organisationen die ganz basale Infrastruktur fehlt. Das hat mich sehr erstaunt. Also die Mehrzahl der Anträge sind kleine Anträge bis 5.000 Euro. Und da geht es einfach darum, ein Laptop, eine Webcam, eine Synology oder sowas anzuschaffen, weil viele einfach mit ihren privaten Endgeräten arbeiten. Und auch was das Thema Datenschutz angeht, da quasi private Dinge nutzen und das als große Hilfe wahrgenommen haben. Also das heißt, hier gibt es einen enormen Bedarf. Wir sehen diese schiere Anzahl an Anträgen einfach auch so als, wie soll ich das sagen, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber so als Bedarfserhebung. Es hat mich sehr erstaunt. Es gibt viele Studien, die zu anderen Ergebnissen gekommen sind, die gesagt haben, nö, die sind alle gut ausgestattet. Da ist halt immer die Frage, wir hatten daran teilgenommen, an diesen Fragestellungen. Der zweite Schwerpunkt lag im Thema Nachwuchsgewinnung, weil wir auch sehen, das haben wir in vielen, vielen Gesprächen mit unterschiedlichen Akteuren zurückgespiegelt bekommen. Es gibt immense Probleme im Bereich Nachwuchsgewinnung, vor allem junge Menschen oder Menschen, die sie noch nicht engagiert haben, für Ämter, also für ihren Ämter zu begeistern. Ich sage jetzt mal Stichwort Schatzmeister, hört sich jetzt erstmal so Mühe an, aber es ist immens wichtig. Wir brauchen das ja in jeder Organisation. Und der dritte Schwerpunkt lag in der Strukturstärkung in ländlichen und strukturschwachen Räumen. Und es ist spannend, das sind sehr unterschiedliche Akteure, die sich da beworben haben, aber in der Mehrzahl, ich würde sagen 80 Prozent, sind wirklich die kleineren Vereine vor Ort. Wir haben auch ganz viele Feuerwehren, Kirchengemeinden, Rettungsdienste, kleine vor Ort, aber auch aus urbanen Räumen kamen einige Anträge an. Das heißt, der Bedarf ist schon auch nochmal deutlich größer als das, was ihr jetzt positiv bescheiden konntet? Der Bedarf ist, also das ist das, was uns wirklich schmerzt. Wir sind zehnfach überzeichnet. Wir bräuchten eigentlich 200 Millionen Euro für dieses Jahr, was an Antragsvolumen beantragt wurde. Ich hatte es schon gesagt, wir haben diese 23 Millionen Euro zur Verfügung. Die sind jetzt ausgeschöpft. Das heißt, wir können nicht weiter bescheiden. Und ein bisschen problematisch war, ich lese es auch hier im Chat, dass wir wirklich nur so eine kurze Zeitspanne haben. Auch wir als Bundesstiftung sind einfach an das Haushaltsjahr gebunden. Und wir konnten in diesem Jahr kein Programm auflegen, das über mehrere Jahre fördert. Dafür müssen wir politisch werben, dass wir unsere Mittel auch längerfristig zur Verfügung stellen können. Das war in diesem Jahr nicht möglich. Und die Entscheidung, die ich und mein Vorstandskollege getroffen haben, war, wir hätten auch sagen können, wir konzentrieren uns jetzt auf Stiftungsaufbau und legen kein Förderprogramm auf. Oder sollen wir, wir legen ein Förderprogramm auf, weil es einfach gerade diesen immensen Bedarf gibt. Und wir haben uns dafür entschieden, dass es sich so, dass es so skaliert hat. Ja, das ist einfach so. Es ist Wahnsinn. Der Bedarf ist riesengroß. Gut. Gibt euch ja vielleicht auch gute Argumente an die Hand, dass eine Förderung im kommenden Jahr fortgeführt und auch im Volumen nochmal gestärkt werden kann. Lass uns auf die Potenziale von Digitalisierung für Engagement und Ehrenamt schauen. Du bist ja selbst auch schon lange in diesem Themenfeld aktiv, hast für die Stiftung Bürgermut lang gearbeitet. Lass uns beginnen vielleicht mit dem Thema, was du gerade auch genannt hast, Nachwuchsgewinnung. Wo siehst du da Potenziale, wie Digitalisierung auch die Arbeit von Vereinen, von Initiativen unterstützen kann und vielleicht gerade in diesem Themenfeld Nachwuchsgewinnung auch eine positive Rolle spielt? Sehr gerne. Also auch in diesem Jahr wurde ja der dritte Engagementbericht veröffentlicht. Vielleicht hat das der eine oder die andere auch schon gelesen. Und da gab es einen Themenschwerpunkt im Bereich Engagement von Jugendlichen, von Kindern und Jugendlichen. Und rausgekommen ist, dass die Engagementbereitschaft riesengroß ist und dass sich auch sehr, sehr viele engagieren. Aber was auch rausgekommen ist, dass das Engagement, also der Wunsch, sich zu engagieren, eher so gestrickt ist, dass es um kurzfristige Engagements geht. Also gar nicht so darum, dass man jetzt, wie gesagt, Vorstandsvorsitzende oder stellvertretende Vorstandsvorsitzende eines Vereins werden will, sondern es ist mehr so punktuelles Engagement. Und hier spielt Digitalisierung eine riesengroße Rolle, was da auch rausgekommen ist oder auch was meine Beobachtungen sind, was aus meiner vorherigen Arbeit ist, dass das insbesondere Nachwuchs sozusagen einfach von sich aus, weil es zum alltäglichen Leben dazugehört, digitale Mittel nutzt, um sich auch zu engagieren. Also sich beispielsweise abzusprechen über, was weiß ich, seine Signal-Tremor oder WhatsApp, sage ich nicht so gern, nutze ich nicht, Gruppe. Oder dass auch, dass es einfach dazugehört, für jüngere Menschen in Social Media aktiv zu kommunizieren mit den eigenen Zielgruppen. Dass es aber auch dazugehört, dass die internen Prozesse so gestaltet sind, dass sie nicht als Bürde und Hürde wahrgenommen werden. Hier kann Digitalisierung auch eine riesengroße Rolle spielen. Also ich sage nur, der Zettelkasten mit den Rechnungen, die dann am Ende des Jahres sortiert werden müssen, vielleicht in eine Excel-Tabelle eingetragen werden müssen, dass es hier einfach gute Prozesse gibt, dass sich Engagierte wirklich auf das konzentrieren können, warum sie sich engagieren und nicht irgendwie mit bürokratischen Prozessen auseinandersetzen müssen. Also es sind halt so viele Felder, die aus meiner Perspektive dazu beitragen können, dass Engagement für jüngere Menschen attraktiver wird. Gleichzeitig ist es ja auch eine riesige Herausforderung. Also kann ich jetzt sagen, als jemand, der selbst auch über viele Jahre ehrenamtlich engagiert ist, Digitalisierung ist so ein sozusagen Querschnittsthema, was bei Vereinen auch vielfältige Prozesse erstmal auslöst. Eines davon ist, glaube ich, grundsätzlich die Frage Kommunikation. Man muss auf einmal in anderen Räumen präsent sein. Auch da die Frage, was nimmst du sozusagen als größte Herausforderung wahr? Und wo sind umgekehrt auch wieder die Potenziale, wo du sagen würdest, da ist eigentlich Digitalisierung ein guter oder ist ein guter Prozess, der halt sowieso stattfindet, den man nutzen kann, um Engagement und Ehrenamt zu fördern? Also ich finde so, dieses Jahr ist ganz spannend, um da wirklich so Herausforderungen, Potenziale zu sehen. Also wahrscheinlich habt ihr das auch alle schon hundertmal gehört. Die Corona-Pandemie, unsere ganzen Lockdowns, die wir hier durchleben, haben dafür gesorgt, dass auch in der Zivilgesellschaft eine Turbodigitalisierung eingesetzt hat. Ich beschäftige mich wirklich schon seit vielen Jahren mit dem Thema Digitales, Soziales und habe es häufig so wahrgenommen, also vor diesem Jahr, dass Digitalisierung für viele Organisationen so als, das müssen wir jetzt auch noch machen, da haben wir echt gar keine Lust darauf. Insbesondere auch bei solchen Menschen, die halt Prozesse hatten, die eigentlich schon immer so gelaufen sind. Für diejenigen, die dann neu dazugekommen sind, ich will hier jetzt überhaupt kein Generationending aufmachen, das hat nämlich gar nichts mit Alter zu tun. Für diejenigen, die neu dazugekommen sind und da aber eher so eine digitalere Brille aufhaben, wird das dann als schwerfällig wahrgenommen. Und ich finde, mit dem ersten Lockdown ist sehr, sehr deutlich geworden, wie es in der eigenen Organisation um dieses Themenfeld bestellt ist. Und das hat nicht nur was mit Hardware, Software und so weiter zu tun, das hat auch extrem was damit zu tun, welche Einstellungen habe ich dazu. Also ich weiß von vielen Organisationen, da ist die Arbeit einfach eingestellt worden, weil die Grundlage nicht da war. Ich meine jetzt auch nicht Hardware, sondern es war einfach so, es gab ein ganz banales Beispiel. Die Mitgliederdaten oder die Daten von den Engagierten lagen nicht zentral irgendwo in der Cloud. Die Leute waren im Homeoffice, hatten keinen Zugriff darauf, also war da ein Kontakt quasi gar nicht möglich. Das schon mal so als ganz banales Ding. Dann gab es Organisationen, die schon lange so unterwegs sind wie ihr jetzt gerade hier, dass es einfach normal war, sich auch auszutauschen und Dinge umzusetzen in digitalen Formaten. Wir haben erlebt im März, April, Mai, Juni, Juli einen Aufschwung an Digitalkonferenzen, Online-Akademien, Webinaren, Seminaren, wofür man glaube ich 2019 erstmal eine dreijährige Konzeptionsphase eingeleitet hätte. Aber durch diesen Druck, dass die eigenen Veranstaltungen nicht mehr analog stattfinden konnten, haben sich viele einfach sehr, sehr mutig und offen auf den Weg gemacht, das in den digitalen Raum zu verlagern. Und das fand ich ganz spannend. Also so zwei Gruppen, so zwei Sichtweisen. Und was wir bei den Anträgen jetzt sehen, die wir da bekommen haben, ist, dass sich im Prinzip der Vorstand einer Organisation vielleicht mit den Digitaltreibern zusammengetan hat, um diesen Antrag zu stellen, weil man kann ja bei uns nur einen Antrag einreichen, wenn auch die Vorstände unterschreiben. Und ich finde, das ist echt super spannend, dass 12.500 Organisationen sich auf diesen Weg gemacht haben. Und da kann man nicht sagen Digitalisierungsverweigerung, sondern da gibt es eine Möglichkeit und die Chance wurde gesehen. Und ich hoffe, wir können da auch noch in den zukünftigen Jahren weiter unterstützen. Also es ist hochspannend, sowohl herausfordernd als auch extrem innovativ, was da einfach in den letzten Monaten entstanden ist. Gleichzeitig ist ja dieses Feld eigentlich auch wahnsinnig heterogen. Engagement und Ehrenamt. Wir haben da jetzt noch gar nicht drüber gesprochen. Wir sind einfach so reingesprungen in die Frage Digitalisierung. Es ist immer die Rede von 30 Millionen Menschen, die sich in Deutschland ehrenamtlich engagieren. Das sind ja über ein Drittel der Bevölkerung. Und vieles davon ist ja auch Ehrenamt im Kleinen. Es sind, glaube ich, auch viele Akteure, die man einfach gar nicht sieht. Also meine Frage wäre so ein bisschen, besteht nicht auch die Gefahr, wenn man jetzt über Digitalisierung spricht, dass man auf bestimmte Akteure schaut, die jetzt sich da schnell bewegen, die vielleicht auch schon in relativ professionellen Strukturen arbeiten, also mit diesem Digitalisierungsthema jetzt auch viel anfangen können. Und es fallen am Ende die hinten runter, die eigentlich immer gemeint sind, wenn man sagt, Ehrenamt ist der soziale Kett in unserem Land. Wie siehst du das? Siehst du diese Gefahr? Also ich habe mich, um ehrlich zu sein, gewundert, als dieses Buzzword Digitalisierung auf einmal in der Zivilgesellschaft angekommen ist. Und das war für mich so ein Gefühl so 2015, 16. Und als ich dann in die ersten Runden eingeladen wurde, ja zur Digitalisierung, dachte ich so, hä? Wir sind doch da schon mittendrin. Warum müssen wir uns darüber unterhalten? Und ich hatte so das Gefühl, die vergangenen Jahre war es so, dass vor allem die Gruppen sich dem Thema gewidmet haben, die schon ein Stück weiter sind. Also quasi so diese Pioniere. Aber wie gesagt, durch dieses Jahr, durch die Erfahrungen dieses Jahres ist das, glaube ich, überall angekommen. Und wie gesagt, durch diesen Prozess unseres Förderprogramms sehe ich es eigentlich nicht so, dass die hinten runterfallen. Es ist ihnen bewusst, sie können eine Stimme erheben. Wir sind jetzt auch als Anlaufstelle für dieses Themenfeld da, ist uns auch ins Gesetz geschrieben worden, dass wir im Bereich Digitalisierung unterstützen sollen. Und ich glaube auch nicht, dass die Angebote, die es bereits gibt, also Digitalisierung ist jetzt nicht nur finanzielle Hilfe, Hilfestellung, sondern es geht auch um digitale Kompetenzen. Und ich habe hier auch schon in der Teilnehmerschaft gesehen, dass es hier einige gibt, die so Akademien und sowas haben. Es geht ja auch darum, dass diese Angebote in die Fläche kommen und den Menschen vor Ort helfen. Und zwar auf diese Art und Weise und mit den Zeitbudgets, die sie haben. Das darf man ja auch nie vergessen, dass Engagement in der Freizeit stattfindet und man da meistens dann halt nicht fünf Wochen Zeit hat, um an einem sehr intensiven Kurs teilzunehmen, sondern es muss halt so aufbereitet sein, dass es den Menschen, den Engagierten vor Ort hilft. Und ich bin da eigentlich, ich bin eher so eine Optimistin, ich bin da zuversichtlich, dass diese eben nicht vergessen werden. Aber ja, natürlich, man hört halt immer nur von den Leuchttürmen, von, weiß ich nicht, von den coolen Coding-Initiativen und Makerspaces und so weiter und so fort. Aber das stimmt nicht. Es gibt vor allem in ländlichen Räumen gibt es ganz spannende Sachen. Da hat das Fraunhofer-Institut auch spannende Projekte wie Dorf-Apps und so weiter initiiert. Die werden erprobt in einigen Kommunen. Also da geht schon was. Du hattest gerade die Bildungsstätten angesprochen. Und in der Tat ist es ja auch so, dass viele auch jetzt aus unserem Netzwerk und auch von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern, die heute hier sind, ja selbst Akteure zusammenbringen, die sich ehrenamtlich engagieren, denen auch Unterstützungsangebote machen wollen. Und das ähnelt ein bisschen ja auch dem, was du auch über viele Jahre für die Stiftung Bürgermut gemacht hast. Da würde mich einfach mal interessieren, gibt es so zwei, drei Punkte, wo du sagen würdest, das ist mir immer wichtig gewesen bei solchen Formaten. Und das würde ich euch gerne mit auf den Weg geben. Und das ist für mich eine Sache, die auf jeden Fall wichtig ist und als Unterstützung für ihren Amtlichs-Ambarismus macht. Also was ich festgestellt habe, für ganz, ganz unterschiedliche Zielgruppen, Online-Seminare, Webinar darf man ja nicht mal sagen, Online-Seminare seit vielen Jahren organisiert. Und was ich immer gerne mit auf den Weg gebe, ist, wenn diejenigen, die daran teilnehmen, Befürchtungen haben oder irgendwie auch Berührungsängste haben, diese auch ernst zu nehmen. Also nicht mit einer Haltung Qualifikationen zu vermitteln, so ja, ich weiß alles besser, sondern auch wirklich zuzuhören und im Prinzip die Dinge so aufzubereiten, dass sie a verständlich sind. Man neigt, finde ich, ganz häufig im Bereich Digitalisierung dazu, unklar zu sprechen für alle. Also ich habe viel zum Thema agiles Arbeiten gemacht und da kommen dann lauter englische Begriffe, die die Leute erst mal verstören. Diese Erfahrung musste ich auch erst mal machen. Aber im Prinzip Ängste und Sorgen ernst nehmen, darauf reagieren und gemeinsam schauen, wie das besser funktionieren kann und seine eigenen Angebote daraufhin auch immer anzupassen. Das ist, finde ich, ein guter Tipp. Und Regelmäßigkeit, finde ich, auch total wichtig. Hilft nichts, wenn man jetzt irgendwie zweimal was macht, sondern ich habe die Erfahrung gemacht, regelmäßige Angebote, da auch eine Community-Anbindung zu schaffen. Und dieses Voneinander-Lernen, das Peer-Learning zu befeuern, das ist etwas, was sehr, sehr hilft. Danke. Ich hätte noch eine Frage, weil du jetzt mehrfach ländlicher Raum gesagt hast. Ihr habt das in eurem Stiftungsauftrag ja auch formuliert, strukturschwache Gebiete und ländlicher Raum, gerade auch in Ostdeutschland. Das ist vielleicht so ein bisschen Buzzword, wo alle sagen, stimmt, ist auch wichtig. Aber was heißt es für euch als Stiftung eigentlich konkret, zu sagen, es gibt andere Herausforderungen im ländlichen Raum und vielleicht auch gerade in strukturschwachen Gebieten? Ja, also das heißt für uns da erst mal zu wissen, wo sind da die Problemlagen, wo sind da die Lücken? Es gibt extrem viel Studien. Ich hatte es ja schon gesagt, es gibt uns seit fünf Monaten. Wir haben uns konzentriert, dieses Jahr dieses Förderprogramm aufzusetzen. Im nächsten Jahr geht es dann natürlich viel, viel stärker in die inhaltliche Arbeit. Was wir aber schon von Anfang an machen, ist mit diversen Akteuren zu sprechen, mit Engagierten selbst und da zu gucken, wo gibt es da wirklich Lücken und Unterstützungsbedarf. Also es gibt ja Engagement, Infrastruktur, gibt es auch in Ostdeutschland, nicht so ausgeprägt wie beispielsweise in Westdeutschland. Nehmen wir das Beispiel Bürgerstiftungen, die sind nicht so stark in den ostdeutschen Bundesländern, wie in den westdeutschen Bundesländern vertreten, auch andere Strukturen nicht. Und hier gilt es zu schauen, in welchen Regionen braucht es mehr Unterstützung. Und hier können wir dann helfen. Wir können hier vor allem helfen, wenn wir das synergetisch tun mit anderen Akteuren, die schon vor Ort sind. Ich finde es immer schwierig, wenn man irgendwie so von der Bundesebene auf die lokale Ebene kommt und sagt, ich zeige euch jetzt mal, wie das geht. Das funktioniert gar nicht. Aus meiner Erfahrung. Hier müssen wir einfach gute Konzepte entwickeln, wie man gemeinsam wirken kann. Vielleicht mehr so Richtung Collective Impact, um auch mal wieder so ein Buzzword zu verwenden. Und das wird eine spannende Aufgabe. Und wir wollen natürlich auch mit Forschung unterstützen, damit wir genau wissen, wo der Schuh drückt. Also so ein Mix aus Forschungstätigkeit und wirklich mit denjenigen zu sprechen, die vor Ort sind, um daraus gute Angebote zu entwickeln. Das ist ein Schwerpunkt für das nächste Jahr. Dann gehen wir, nachdem wir jetzt ganz viele Fragen aufgeworfen haben, einfach nochmal in eine kleine Abschlussrunde mit dir. Und ich würde gerne einen Aspekt nochmal stark machen, der, glaube ich, hier gerade auch deutlich geworden ist. Als Bundesstiftung mit Zivilgesellschaft zusammenzuarbeiten, ist gar nicht so einfach eigentlich. Also einerseits müsst ihr oder wollt ihr gerne zivilgesellschaftliches Engagement unterstützen. Und andererseits hast du gerade so schön gesagt, Engagement ist Eigensinn und Freiwilligkeit. Und es kann natürlich auch nicht darum gehen, dass jetzt auf einmal der Staat bestimmt, was wichtig ist und was gefördert wird. Wir sind als Netzwerk ja auch Orte, an denen Engagement zusammenkommt, gefördert wird. Und deswegen würde mich einfach nochmal interessieren, wie siehst du die Zusammenarbeit? Also welche Rolle hat die Stiftung als jetzt staatlicher Akteur und welche Rolle hat die Zivilgesellschaft? Genau, also wir sind dazu da, um euch zu unterstützen. Also wir sind quasi die Servicestelle für euch. Wir sind nicht diejenigen, die sagen, wo es lang geht. Wie ich es schon gesagt habe, Engagement bedeutet Eigensinn und Freiwilligkeit. Ich sehe unsere Rolle darin, wirklich Service anzubieten, dort zu unterstützen, dabei zu helfen, Rahmenbedingungen zu verändern. Was wir nicht sein können, also schon so ein bisschen Lobby, aber wir sind nicht die Lobby-Organisation. Aber was wir machen können, ist beispielsweise von euch zu hören, hier drückt der Schuh, hier müssen politische Rahmenbedingungen verändert werden. Und dieses dann auch an Politik zu transportieren, das finde ich hochspannend. Und die Gespräche, die wir bisher mit Bundestagsabgeordneten geführt haben, die sind sehr, sehr daran interessiert, was vor Ort wirklich nicht gut läuft, weil sie ja selbst da auch nicht so mit drin stecken. Das ist eine Sache. Und unser Ansatz ist, von mir und von Jan Holze zuzuhören und daraus Angebote zu entwickeln. Und das auch sehr gerne gemeinschaftlich, hatte ich schon gesagt. Ich bin keine Freundin davon, das Radkermanent neu zu erfinden. Wenn es gute Qualifizierungsprogramme gibt, die vielleicht noch nicht so bekannt sind und wie, wenn man sich so eine, wie die Bildungskette vorstellt für die Zivilgesellschaft, wenn man sowas auf einer Perlenschnur zusammenbinden kann und wir der Akteur sind, der das machen kann, weil wir da quasi neutral sind, dann, finde ich, könnten wir so eine Rolle einnehmen, wenn das gewünscht ist. Wenn gewünscht ist, dass wir eine Lücke reingeben, die Rechtsberatung, dann machen wir auch das. Also wir sagen immer von Anfang an, wir sind für euch da, gestaltet die Stiftung mit uns mit und wir möchten auch gerne partizipative Formate entwickeln, um quasi diese Bedarfe nicht nur anzuhören, sondern dann auch wirklich ein Tun zu bekommen. Ihr alle wisst, wie schwierig das ist, aber das ist schon der Anspruch, den wir haben. Ich glaube, umgekehrt gibt es auch eine total große Bereitschaft bei Einrichtungen, die eben ja auch in der Fläche sind, also zum Beispiel in unserem Netzwerk, ja auch viele Akademien, Einrichtungen, die im ländlichen Raum auch in Ostdeutschland sind, einfach auch ein Ort zu sein und da neue Vernetzungsangebote zu machen. Wir haben eben auch über Kompetenzen gesprochen und Kompetenzen ist dann ja auch nochmal die Brücke zur Bildungsarbeit. Wir beschäftigen uns hier schwerpunktmäßig mit politischer Bildung. Deswegen zum Abschluss die Frage an dich, wo siehst du vielleicht im Moment gerade zwei, drei wichtigsten Kompetenzen für Engagement in einer digitalen Gesellschaft, in einer sich immer weiter digitalisierenden Gesellschaft, die man stärken müsste? Also ich sehe da, ich sehe zwei Bedarfe, sehe aber einen Schwerpunkt. Also der eine Bedarf ist eine Kompetenz in der Nutzung von Tools. Die ist immens groß. Die hilft aber nicht weiter, wenn man nicht die Kompetenz hat, das richtige Tool für sich auszuwählen, und zwar strategisch. Das sind zwei unterschiedliche Sachen. Und das sind eigentlich so die Dinge, wo ich für eine starke Zivilgesellschaft die Digitalisierung mitgestaltet, glaube ich, müssen wir in dieser Ich-muss-selber-entscheiden-können-strategisch, wofür ich mich entscheide oder wo es etwas noch nicht gibt und wo ich es vorantreiben kann. Ich glaube, das müssen wir unterstützen. Selbstverständlich auch diese Nutzungskompetenzen fördern oder diese sogenannten Future Skills, von denen viele gerade sprechen, das auch. Aber ich glaube insbesondere, dass wir einen strategischen Blick dafür entwickeln als zivilgesellschaftliche Akteure, dass wir Digitalisierung nicht nur nutzen, sondern mitgestalten aktiv. Da können wir ja sehr politisch werden, was es da noch für Themenfelder gibt, welche Rolle wir da spielen. Ich finde, Zivilgesellschaft spielt im digitalpolitischen Diskurs noch eine viel zu kleine Rolle. Das würde ich mir wünschen, wenn da die Stimmen stärker werden. Persönlich. Danke dir. Wir werden es auf jeden Fall als Netzwerk auch fortführen 2021, dann auch mit Blick auf die Bundestagswahl. Das kann man an der Stelle schon mal sagen. Und ich nehme jetzt, um die Buzzwords dann nochmal aufzugreifen, Collective Impact. Wir freuen uns auf die weitere Zusammenarbeit mit der Stiftung, um die Future Skills zu fördern. Ganz herzlichen Dank, dass du da warst heute. Ich danke euch und wünsche euch eine schöne Adventszeit. Bleibt gesund. Tschüss. Ich danke euch.